Ja, ich mach mir noch gar eine Kiste, wo ich mein Zeug reinführe. Ey, Janik bräuchte auch noch Creative für mein Haus. Das ist ein interessantes, schwebendes Holzgebild. Mein Reaktor ist ja leider kaputt. Es ist nicht wahr. Es ist alles nicht wahr. Es ist alles weg. Wie, irgendetwas? Das bräuchte ich jetzt aus? Nein. Gut, wir bauen das wieder auf. Okay, sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich mein Haus komplett blank mache, oder? Mein Bett steht noch. Das ist meine Kiste. Ich hab mir ne Enderkiste gemacht, damit da kein anderer dran geht. Ich tu mir mal kurz noch ne Kiste holen, weil ich grad kein Holz abmache, die aber nachher wieder weg. Und ich muss noch meine zwei Werkzeuge bekommen. Aber was war das denn für ne Asi-Aktion? Eine sehr Asi-Aktion. Ja, ist so. Und jetzt verbringen wir wieder den ganzen Tag, damit alles wieder aufzubauen. Ja, und dann bin ich wieder zehn Folgen. Dann bin ich noch 10.000 mehr Folgen damit beschäftigt, mein Haus aufzubauen. Das ist super. Geil, ne? Ja. Ja. Eigentlich ist die Bauarbeit ja nicht so interessant. Den Creative. Das müssten wir eigentlich nicht. Ja gut, oder was? Wenn wir mal warten. So, eigentlich... Ach, mein Gott, ey. Aber am schlimmsten ist ja noch mein ganzer gesamter Keller, mein Atomgeaktor. Den muss ich wieder neu aufbauen. Und mein Bett ist... ne, mein Bett steht noch. Ironischerweise wird nie mein Bett spawnen gesetzt, aber mein Bett steht natürlich. Ne, gleich ist bei dir auch, bei mir auch. Keine Ahnung wieso. Ach, Alter. So, dann könnt ihr jetzt dabei zusehen, wie ich im Creative mein Haus aufbauen. Mein Minecraft ist überfordert mit der ganzen Sache. Ich hab wieder FPS-Lags, weil es sich voll gefressen hat. Aber was sind das denn für ne Scheiß-Aktionen? Ehrlich. Das einzige, was mich daran freut, ich hab meinen ersten Kill gemacht. Er war einfach so unfähig. Es war so unfähig. Nee, ich hatte meinen zweiten, ich hatte meinen zweiten. Es war so unfähig. Er hat sich einfach nicht gewehrt. Das war so geil. Er greift mich an, ich bin fast tot. Ja, bei mir, ne, ich hab gesehen, ähm, er, ich, äh, ich war, ähm, er kam auf dem Server, als ich da war, ne? Dann hab ich gesehen, ähm, dass er in deinem Haus war. Er ist in deinem Haus auf dem Server. Ach, nee, schon wieder. Ach, das ist... Also war, also war er es auch wahrscheinlich, weil er ist mitten in deinem zerstörten Haus gekommen. Und ich hab dann geschrieben, ähm, irgendwas, ich weiß nicht mehr was, und dann er geschrieben, ja und, ist doch egal, wenn du jetzt alles zerstörstest. Ja, na und? Er hat na und geschrieben. Spasti. Ja, und dann, ähm, dann bin ich zu ihm gekommen, hab ihn getötet, er hat versucht, mich anzuzünden, aber weil er vergnet hat, wurde ich nicht. Und dann hat der Spagett so, der kleine Abstand war Spagett, so hat ihn dann runtergeschubst zu fahren. Da ist er dann verweckt. So, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, wie viel Fackeln ich auf meinem Dach hatte, tut mir leid. Boah, ist doch egal, scheiß auf die Fackeln. Ja, deswegen, das wollte ich nur mal sagen. Das Projekt ist nicht komplett beendet, sondern nur erstmal pausiert, sobald wir das alles aufgebaut haben. Folge, denke ich, drauf. Wieso nimmt er das gerade überhaupt alles auf? Ja, ja, keine Ahnung. Ähm, ich beende dann mal meine Folge, weil so ein bisschen die Aufnahme auf, auf Goldarbeit ist ja auch bei euch langweilig. Ja, genau. Ich werde mich vielleicht wieder, wenn mein Haus wieder aufgebaut ist. Und? Tschüss. Ich bin bei mir auch ein kleines Info-Video und wir reparieren das jetzt wieder. Und ich melde euch da noch.